So, da bin ich auch schon wieder. Wir gehen hier direkt weiter zum Hafen, weil wir hinteragieren und reisen in die Devonport-Siedlung, weil dort können wir unsere Aquila ausrüsten. Wir haben ja jetzt 18.000, das ist eigentlich schon recht ordentlich. Mal gucken, ob wir uns da wenigstens eine Rumpfverstärkung für leisten können. Aber ich glaube, eine Rumpfverstärkung sollte es geben. Wie gesagt, Rampsporn und Rumpfverstärkung wären eigentlich das, was ich mir noch holen würde. Wobei ich den Rampsporn jetzt nicht als zwingend notwendig sehe. Ach, und das verbesserte Ruder wäre natürlich auch noch, ist aber egal. So, hier aufzugunter agieren. Was haben wir denn jetzt hier? Rumpfverstärkung, das Holz 13.000. Brandgeschoss war so nett. Das ist also das Ruder 11.000. Wir holen uns die Rumpfverstärkung. So. Jetzt gibt es nämlich auch noch eine Rumpfverstärkung aus Eisen und die kostet schon ein bisschen mehr. Gibt es noch irgendwas? Ne, wir sparen lieber. So, dann gucken wir hier noch schnell. Hier hoch. Schicken wir dann ein Conway los, um nebenbei noch ein bisschen Geld zu machen. Dann geht es weiter mit den maritimen Missionen. Dann gucken wir mal schnell bei Herstellung. Ein Plan, Auffindungen. Ne. Doppelholster. Scheiße. Das ist alles noch ein bisschen nett, so wie ich mir das vorstelle hier. Let's play. Fuchspelz findet man so mal noch für diesen Auftrag in New York, würde ich sagen. Hasenpelz, Hirschpelz, Fintmaso noch mal. Luchspelz. 172 springt er los, ist ja langweilig. So, Convoy verschickt. Südbosten, Gegenstände, Fuchspelz 0 von 3. Ne, und? Das interessiert uns nicht. Zum Hafenmeister. Also zum Mr. Faulkner. Sozusagen. So, auf geht's. Fahren wir durch Schiffe. Was meinten wir? Tagieren. So, das war hier Geheimnis versenken. Akt 1. So, die machen wir jetzt hier. Ladebildschirm. Kampfposition einnehmen! Gefängsposition, los, macht schon! Wir stellen sich hier alle übernehmen, ja. Okay, okay, ich bin bei mir das schnell. Geht auf halbes Schegel! Schau mal, wir haben, halbes Schegel! Haben sie jetzt 25% Schaden durch Umgebung? Ich glaube, ja, ne? Wir brauchen mehr Fahrt! Volles Schegel! Volles Schegel! Noch nicht! Schießt! Bereit zum Feuern! Feuern! Wellrein! Und Feuer! Dann los geht's. Noch nicht! Schießt! Nee, passt nicht. Drehbaste Feuer! Feuer! Sie schief! Ihre Seier hat gesessen! Voll gelangt! Feuer! Hä? Feuer! Vorbei! Erwartet der Fehler! Gebt mir Kettenkugeln! Gebt mir Kettenkugeln! Breitseite abgeben! Reft auf halbes Segel! Auf halbes Segel! Und Feuer! 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 Schief! Schief! So! Quälen wir einmal. Bereit zum Feuer! Bereit zum Feuer! Feuer frei! Schießt! Macht schnell! Das ging nach. Feuer! Auf mein Bleichen! Und Feuer! Und schießt sich auf den Grund! Bereit zum Feuer! Drehbaste Feuer! Unterbeschacht! Wenn ihr es seid, sagt. Breitseite abgeben! Schießt! Das muss doch mal reichen, langsam. Erwartet der Befehle! Hörne noch! Feuer! Nicht unter! Ihr Wasser! Versenkt! Ein nächtliches Gefecht! Und sogar volles Instrumentation, Jungs und Mädels. Ist doch genial! Schön, gut! verbunden. Na. so und hier unten noch die wie Orpheus heißt die Telefon ich habe sowas hineingesteckt genug Feuerkraft um Englern zu verschenen FAHRT SEGEL! FAHRT SEGEL! Feuer! Feuer! Schief! Schief! Feuer frei! und hier unten Raus aus dem Gegenwind, Käpt'n! Die Waffe, Feuer! Bereitsseite abgeben! Feuer! Was war das jetzt, äh? Auf, Feuern, Befehl! Schiffen, durch die Schiffen, auf, Feuern, Befehl! Ach, danke, die Schiffen, Feuer, Befehl! Halt'n! Drehwaffe, Feuer! Achtung! Achtung! Volle, Dreisseite, vom Kriegsteam! Bereit zum Feuern! Die Feuern auf uns! Und Feuer! Schießt! Schießt! Malge! Nachwege noch! Bereit! Feuer! Feuer! Oh, jetzt ganz gut hoch! Nachwarn, nachwarn, nachwarn! Bereit machen! Die Feuertein im Breit! Feuer! Feuer! Wir schiedeln in den Wind! Kurs hat vertreibst! Der Seiber hat uns voll getroffen! Der Seiber hat uns voll getroffen! Köpfe runter! Ach, jetzt hab ich mich verdrückt! Gebt mir volles Segel, Jungs! Das Segel wollte ich einbefüllen! Sie hat uns getroffen! Und jetzt? Weniger Segel! Weniger Segel! Holt das Tuch ein! Kein Segel! Kein Segel! Kein Segel! Kein Segel! Kein Segel, Männer! Schein! Kein Segel! Oh ja, ich muss da! Kein Segel! 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 Ja, da raufhöhnt ich schon mal hin. Also gut, Jungs! Haltet euch! Feuer frei! Kein Treffer! Kein Treffer! Bereitsackt! Gebt mir volles Segel, Jungs! Wir haben die Ratze einmal. Unter den Schuss! Wir haben die Sorge aufgedeckt. Ich bin beim ersten. Ich bin beim ersten. Ich bin beim ersten. Ich bin beim ersten. Runter! Runter! Scheiße, die Tränen. Scheiße, die Tränen. Die Tränen. Weniger Segel! Weniger Segel! Kein Segel! Kein Segel! Es wird eine harte Verfolgungsherde. Kein Feuer bereit! Bereitsackt! Und Feuer! Die Tränen! 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 Deckung! Die Tränen! Die Tränen! In Deckung! In Deckung! Feuer! Feuer! Nein! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Gegen den Wind! Kommt ihr nicht weit! Kommt ihr nicht weit! Ich bin knapplos! Wegen so einem Kriegsschiff ist nicht witzig zu kämpfen Eheh-eh-eh So machen wir gleich noch eine würde ich sagen Wir hängen das jetzt hier an Jetzt wird hier Hauzocken gemacht Na komm, Ladewildschirm Sei mal lieb und geh mal schneller vorbei Danke So, jetzt haben wir hier noch drei Ach komm, die machen wir in der nächsten Aufnahme Bis gleich! Boah, ciao Bis gleich Tschüss! Bis gleich